Okay, let's go. Let's go. Das sind, by the way, die Dings Packs. Die, ja, guten Packs. Also das nächste ist jetzt episch. Ha, weiß. Oh, episch scheiß. Ja doch, der sieht gut aus. Schmutz. Episch. Schmutz. Hast du den noch nicht? Ja. Hä? Hast du den noch nicht? Nein. Oh. Hast du auch noch nicht? Mann, alles scheiße, wo sind die goldenen? Irgendwelches. Meine Lippen. Jürgen, seine blauen Eyes. So sieht mein Charakter in Daisy aus. Was hast du denn geleckt? Ich hab wieder ein Diskeleckt. Der acht hintereinander. Jürgen, was ist das für ein Schmutz? Alter, was ist das? Was ist das für eine scheiße? Oh, ey. Oh, ey. Tadisman, Tadisman. Junge, geil. Hab ich schon gefragt, wann der erste von uns das liegt. Alter, Moped. Ey, das ist ja voll die Scheiße. Dann weiß man ja manchmal, in welche Richtung die guckt. Sag das nicht Clash manchmal. Keine Ahnung. Was denn? Nein. Gibt's einen Duffen, ne? Ja, das ist neu. Oh. Rolltreppen, 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 Rolltreppen. Okay, der ist auch neu. Aber ich finde den jetzt nicht so geil, muss ich sagen. Ja. Das neue Wischmach-Event. Pappmaché. Holy shit. No trash. Komm mit einem Black-Eyes, bitte. Ja, Black-Eyes. Was ist das denn? Hab Schecke. War einfach richtig episch. Ach, Junge. Oh, geil. Komm, Black-Eyes. Was wird's los, ey? Junge, das ist doch niemals lila. Fick dich, Alter. Das sind die Battle-Pass. Das sind die Battle-Pass einfach wechs dazwischen. Ah. Ah, jetzt dick. Komm, komm. Gib ihn, gib ihn, gib ihn. Yes, Wischmach. Boah. Der ist übel heftig. Mann, der sieht, der sieht geil aus, aber ich zock das nicht auf Ding. Der ist ja alle wie. Ey, Junge, der ist ja mal übel heftig. Ohne Scheiß. Ja, das stimmt. Vor allem das hier siehst du eh nicht. Du siehst nur das. Das ist voll geil. Fuck. Dann gib mir doch einen Black heiß, du Huren. Mann. Den hast du auch nicht? Den hab ich auch. Da kommt ja noch ein Operator, der im Angriff eine Waffe hat von dir. Noooong. Ja, wir hatten einen Timer. Junge, wie viele noch hintereinander sind wir? Junge, halt's Maul. Wenn das Ding das irgendwer geschickt hat. Geh mir da gut, shit. Oh shit. Den hatte ich noch nicht. Ja, okay. Das ist gut, weil die Waffe zock ich immer. Wie heißt die? PPH oder so, ne? PPM oder so. PPM. PPM. Ey, Alphaback Opening, aber immer wenn du weißt siehst, hat Marvin Timeout. Er hat doch so mal Timeout. Mann! Der ist auch mal. Die scheiß Waffen, ey. Ohne Witz. Jaaaaar. Ahaha, Junge! Stehgosaures. Ist das nicht der gleiche Skinder mit Visier jetzt? Ja, aber das sieht halt komisch aus. Das sieht ja voll scheiße aus. Aber geil. Ach Junge. Oh, den hattest du ja auch noch nicht? Okay doch, die Pistole zock ich auch immer. Das ist gut, Alter. Eigentlich schon, ja. Aber nur Pistolen? Junge, ich will mal für ne richtige Waffe hier. Junge, fick dich! Jawoll! Ich hab wieder Disconnect, okay. Und wie viele Packs hab ich noch? Duplicate, duplicate, duplicate. Schick der, den hattest du noch nicht. Den hattest du noch nicht? Junge, gib mir noch, komm. Ein richtiges Black-Eis für ne Waffe, komm. Alter, was ist das? Ach Junge, halt dein scheiß Maul, ey. Ja, das ist echt geil. Oh, krass. Komm, Timo, mach's an. Komm. Oh! Geil! Endlich, ey. Alter, Marvin! Das ist Disconnect! Das hat sich angehört wie Meereslotion. Das ist eine Eskalation hier. Ich will sterben. Marvin macht das unabsichtlich. Das ist eine Eskalation. Marvin hat sich gefreut zwei Minuten später. Oh, geil, geil. Jetzt kann ich sterben. Noch einmal? Hoffentlich. Ja, aber du ziehst viel coolere Sachen als ich in meinen Alpha Packs. Du hattest ja nur zwei. Ich weine gerade. Alter, nochmal? Oh. Uudi. Uudi. Das ist doch der Typ von... Junge! Wahoo! Vor lange nicht mehr. Die Story. Wahoo! Junge, wie viel habe ich denn noch? Sieht cool aus. Und dauert das so lange? Ich ziehe das voll schnell durch. Oh, was? Ja, der ist cool. Was ist das denn? Ist das irgendwie Seasonal? Wegen Halloween oder so? Süß aus. Du hast gerade den Unlimited Alpha Pack Glitch. Das ist die. Ich nehme mal vor. Der sieht aus wie der Typ von Sniper American. Sniper American. Ich habe doch schon safe hits hier aufgemacht oder nicht? Na, der 39er ist aufgemacht. Leut wurde die auch nicht. Geil. Also ich meine, dreimal Pistol Black Ice. Der ist voll heftig. Und einmal eine Waffe. Ja, ging eigentlich. Hey, Digga! Junge, hör auf zu spawn peaken. Ja auf PC funktioniert, auf PC konnten sie eh machen. Ihr Idioten, das macht ihr. Glaubst du hackt? Ich hab einfach durchgespielt, oder? Ja, Digger, machen wir noch. Jetzt Speedtech, jetzt Speedtech, Jungs. Jetzt Speedtech, ich schwöre. Echt? Das ist doch gar nicht der. Herr Speedtech! Digger, das war Flash. Guck mal. Das Minutengeld, das hat ihm geflaut. Du gehst das auf. Wir müssen Thrust zocken. Wie schnell er rennst, Alter. Wie schnell er... Der eine wurde removed. Wie schnell er lang gelaufen ist. Mach doch die Tür nicht zu, wir können die 3 feiern. Die haben doch eh ein Bot. Der ist doch da, der ist doch da schon. Ja, ich will doch mal keinen Schilz hinbekommen. Hä? Die Twitch-Drohne hat den gekillt, oder? Digger, der streamforscht die Wall einfach. Hahaha. Nein, 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 nein. Nein, er muss Aviator gucken. Junge, was für Aviator? Wir sind eh tot. So, wir schaffen das. Wir schaffen das, Digger. Irgendwas ist tot. Irgendwas ist tot. Ein Hacker Step. Was? Nein, nein, die kann durch die Steinwände schießen. Ja, der geht ganz close an die Wall, dann fickt der dich. Guck. Was ist das denn für ein dummer Hack? Guck dir, ich close an die Wall und dann schießt. Ja, okay. Chillig. Ja, ich kenn den Hack. Das ist auf PS4 nicht vorhanden, weil ich... Hahaha. Digger, da schießt schon einer. Ah, klau nicht meinen Kittel. Äh, mein Spot. Oh, der Wallbank von unten. Das, äh, hätte man natürlich auch bedenken können. Einer beperrt sich. Mann, Digger, der kann alle Wände durchschießen. Ach, ey, nee. Marvin. Pass auf Justin, du bist tot. Er ist unter dir. Justin. Mach, 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 mach. Geh irgendwo oben rauf. Da glaub ich. Wo schießt der? Äh, ach. Ey, Digger, was macht der da? Nein, der hackt nicht. Aber ich weiß nicht, wieso er jetzt anfängt zu schwitzen, wenn er weiß, dass die Mates am Hacken sind. Wow. Ewa. Ey, Digger, wie schnell ist der Virgil? Ist das nicht auf PS4 voll langweilig, unter zu schreiben, so? Ja. Und der Doc auch, oder was? Der Doc ist auch schnell. Junge, lass doch meine Drohne in Ruhe, du... Digga, der kommt mir vor wie Spongebob, Alter, wo es so schnell war, weißt du? Soll ich nochmal auf den Berg rennen? Soll ich nochmal? Hä? Hä? Ihr habt Spongebob in der Schweiz? Ja, bei uns. Habt ihr auch das Schweizer Synchro, oder? Du, der hat Engel auf Digger. Echt? Hat Spongebob... Super. Oh, Jungen. Schlecker, man, Jungen. Wem bin ich hier? Komm los. Das war der falsche, tatsächlich. Das war keiner von den Hackern. Das war auch keiner. Das war, glaub ich, der Hacker. Los, geh, jammer. Ja, natürlich. Aber wir sehen jetzt auch Zeit, Digger. Er kriegt mich nie. Oh, er hat mich. Jungen, 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 Jungen. Alter, was? Er konnte mich cross-map knifen. Oh, mein Gott. GG. Jungen, wie schnell rennt der? Boah, hilflich, Digger. Ey, den Hack hab ich aber auch noch nicht gesehen, ey. Guck mal, oben ist jetzt wieder einer. Let's go. Vorsicht, oben ist einer. Valkyrie oder so. Oder Wigil, glaub ich sogar. Mich hat's so irritiert. Ja, Wigil. Ist Wigil. Ist so ne Nate gewoffen, ja, ne? Wo hat der Ding gekillt? Ist die Frage. Ach, Digger, ich, ach. Wo war der? Ist das denn da, oder? War der ein Automat. Ja, aber weiter. Ich muss nem Flo, oder? Ach, du meinst, spielt das leicht rechts. Ach so, da. Ja. Ich spiel mir Automat. Ist der Wigil on-site? Ich spiel mir das leicht. Ich spiel mir das leicht. Ich spiel mir das leicht. Ich seh noch einer, oder was? Welche viele Schritte? What the fuck? Hör, Dima, was ist los mit dir? Junge, ich hab tausend Sachen. Digga, lass mich doch rein. Oh my god. Wieso geht's hier nur was vorbei? Pass auf, Keyblade. Ich weiß nicht, wo der Kait ist. Ah, der hat er gewonnen. An der Wand. Oh, er hat mich fast noch bekommen. Ich hatte Verlangs. In der Zonen hab ich 11-1 gespielt. Hier spiel ich 1-4. Mach mich um. Nein, ich bin blind, Dima. Ich bin hinter dir. Tja, das war's mit dem Störsender. Junge! Wunsch euch! Greenlighting! Digga, mach jetzt, guck jetzt. Guck jetzt, guck jetzt. Ich bin fast tot. Nein! Ich darf, ich flieg wieder in den Raum! Hahahaha! Mann, und. Oh, this, you crazy mother! Bis zum nächsten Mal.